14 Uhr die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Silke von Walkhoff. Die Übersicht. Staatsregierung gibt Verschärfung der Corona-Regeln bekannt. Finanzminister Scholz erweckt Schutzschirm für abgesagte Events im nächsten Jahr. Meterhoher Neuschnee sorgt für Chaos im Alpenraum. Das Wetter bewölkt oder trüb mit Schnee oder Regen. München. Die Staatsregierung gibt in diesen Minuten auf einer Pressekonferenz bekannt, wie die Politik im Kampf gegen die Corona-Pandemie in den nächsten Wochen aussehen wird. Vor dem Hintergrund von zum Teil steigenden Infektionsteilen im Freistaat gingen Beobachter im Vorfeld davon aus, dass die Beschränkungen noch einmal verschärft werden, etwa im Schulbetrieb für höhere Klassen oder bei den Kontaktbeschränkungen zu Silvester. Ministerpräsident Söder hatte die außerordentliche Kabinettssitzung für heute einberufen. Normalerweise tagt die Ministerrunde immer am Dienstag. Heute war bekannt geworden, dass auch in Kaufbeuren im Allgäu die Sieben-Tage-Inzidenz 200 überschritten wird. Die Stadt hat auf eigene Initiative ab morgen zusätzliche Einschränkungen verhängt. Mainz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer rechnet nicht damit, dass der aktuelle Teil-Lockdown über den 10. Januar hinaus verlängert werden muss. Der Bild am Sonntag sagte die SPD-Politikerin, die meisten Menschen hielten die Regeln vorbildlich ein. Deshalb glaube sie daran, dass die Infektionsteilen im laufenden Monat sinken werden. Dann müsse der Lockdown in dieser Ausprägung nicht weiter verlängert werden. Wenn das Frühjahr komme und die Impfungen liefen, werde es die ersten Schritte in ein normales Leben geben, so Dreyer. Mit weiteren Impfungen über den Sommer gebe es beste Chancen, dass Deutschland ohne Lockdown durch den nächsten Herbst und Winter komme. Berlin. Bundesfinanzminister Scholz erweckt einen staatlichen Corona-Schutzschirm für geplante Events in der zweiten Hälfte 2021. Wer jetzt solche Veranstaltungen plante, die dann wieder erwarten, wegen der Pandemie doch abgesagt werden müssten, sondern dafür Ersatz bekommen, sagte Scholz dem Tagesspiegel. Er wolle damit die Konzertveranstalter ermutigen, jetzt wieder loszulegen, sonst sei die Pandemie irgendwann vorbei und es fänden trotzdem keine Konzerte mehr statt. Wien. Das Interesse der Österreicher an den seit zwei Tagen laufenden Corona-Massentests ist bislang geringer als erwartet. In den Bundesländern Wien, Tiron und Vorarlberg ließen sich nach ersten Informationen rund 300.000 Menschen auf das Virus untersuchen, deutlich weniger als möglich gewesen wäre. In einigen Bundesländern starten die Tests erst in den kommenden Tagen. Durch den jüngsten Lockdown in der Alpenrepublik ist die Sieben-Tages-Inzidenz um rund 50 Prozent auf 263 gesunken. Ab morgen können wieder alle Geschäfte öffnen, Hotels und Gastronomie bleiben allerdings bis zum 6. Januar geschlossen. Außerdem gelten abends und nachts weiter Ausgangsbeschränkungen. Bozen. Große Neuschneemengen sorgen in Teilen der Alpen für erhebliche Verkehrsprobleme und erhöhte Lawinengefahr. Betroffen ist auch der Brennerpass zwischen Österreich und Italien, wo Bahnverbindungen unterbrochen und Straßen zeitweise gesperrt werden mussten. Außerdem fiel in weiten Teilen Südtirols der Strom aus. Österreich hat für Osttirol die höchste Navinenwarnstufe ausgerufen, auch hier waren tausende Haushalte ohne Strom. Zahlreiche Straßen sind nur mit Schneeketten befahrbar, der Plöckenpass und die Zufahrt ins Lesachtal in Kärnten sogar geschwert. Auch für heute wird regional wieder mehr als ein Meter Neuschnee erwartet. In der Schweiz beeinträchtigte viele Schnee den Betrieb an der Matterhorn-Gotthardbahn. Altenberg. Der dreimalige Rodel-Weltmeister Felix Loch hat beim Weltcup in Altenberg einen spektakulären Sieg eingefahren. Nach Platz 17 bei schweren Wetterbedingungen im ersten Lauf fuhr Loch am Ende noch an die Spitze vor. Max Langenhahn kompletierte als Zweiter den deutschen Doppelsieg. Platz 3 ging an den netten Christas Apajots. Das Wetter in Bayern bewölkt oder trüb nur im äußersten Osten und Südosten Sonne, von den Alpen her Schnee und Regen, vor allem in Oberbayern, Schwaben und im westlichen Franken, dabei windig, die Höchstwerte 1 bis 5 Grad, im Osten 6 bis 13 Grad. In der Nacht im Westen und Süden Niederschlag, die Tiefstwerte um 0 Grad. Morgen und am Dienstag teils freundlich, teils trüb und weitgehend trocken. Es ist 14.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen, normaler Verkehr auf den Fernstraßen in Bayern. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat Stofferls Wellmusik Ich sag grüß Gott, es lieben Leute, am 2. Advent in der Corona-Vorweihnachtszeit. Für den Grießkindlmarkt schaut's heuer ganz schlecht aus, aber heute auf die Nacht kommt vielleicht der Nikolaus. Und der werd uns schon die Liefitten lesen, wenn wir nicht vorsichtig gmür san gwesen. Und wer ohne Masken rumläuft, der doch, der muss heut eine in Sorg. BR Heimat Stofferls Wellmusik BR Heimat Stoffer BR Heimat Stoffer BR Heimat Stoffer Untertitelung des ZDF, 2020 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 Leute, ich bin schon ganz gespannt. Jetzt kommt mein Gast aus dem Badener Land. Seine Filmmusiken fast ein jeder kennt. Er ist Professor und war beim Deutschen Komponistenverband der Präsident. Er ist im Aufsichtsrat von der GEMA. Das ist bei den Volksmusikanten immer noch ein heißes Thema. Er hat schon viel gesehen. Was hat er noch im Blick? Enjad Schneider, welcome bei der Wellmusik. Ja, jetzt sage ich, grüß Gott. Und der eine oder die andere hat es schon erkannt. Der Enjad Schneider ist heute mein Gast. Enjad, woher kommt Enjad? Getauft bin ich auf Norbert Jürgen. Ach, Norbert N. Und J. Und das war immer abgekürzt Enjad. Und seit Studienzeiten sagt man Enjad zu mir. Und dann habe ich in den 90er Jahren das in Pass eintragen lassen. Also standesamtlich, den Norbert Jürgen gibt es nicht mehr. Und das Schöne war, als ich in der Synagoge in Augsburg mal eine Uraufführung gehabt habe vor ein paar Jahren. Da kam der Rabbi oder wie das heißt, wo der Name herkommt. Und ich habe zum Spaß immer gesagt, ja, das ist so ein isländisch-israelischer Name. Und dann die Leute, ah ja, die waren verdutzt. Sehr interessant. Aber er hat dann gesagt, das sei hebräisch, weil J ist der wichtigste Buchstabe. Enjad, das heißt entweder der Gezeichnete oder der Ausgezeichnete. Ja, dann war ich happy, ja. Nein, aber beim ausgezeichneten Preise hast du schon einige eingekriegt, oder? Ja, nee. Die Standesbeamtin, die hat gesagt, den Namen kann man nicht nehmen, ja. Weil derzeit keine Geschlechtszugehörigkeit. Da habe ich gesagt, hey, es gibt Traugott, Helfgott, Elliot, Todd. Dass es Margot gibt, habe ich nicht gesagt. Herrgott. Ja, und Gott ist das vielleicht eine Frau, habe ich ganz sarkastisch gesagt. Ja, dann war sie eine Göttin. Ja, und jetzt heißt mein kleiner Enkel auch Enjad. Und da hat sie nachgeschaut, in dem Buch, die Standesbeamtin, oder beim Eintrag, ah ja, ein deutscher Komponist heißt so, und dann ging es problemlos. Aha. Enjad, das, was wir gerade gehört haben, das war die Titelmusik von der Herbstmilch. Da habe ich das erste Mal mir gedacht, wer hat denn die Musik gemacht? Die ist ja wirklich genial platziert. Und passt wunderbar zum Film dazu. Da habe ich über das Beutel, weil man mit dem Radl am Berg runterfährt und dazukommt. Der Kuckuckswalzer. Wie hast du denn die Idee gehabt? Bei den Dreharbeiten war ich mit dem Sepp Filsmeier viele Male bei der Anna Wimmschneider, haben im Tonband uns ihre ganze Lebensgeschichte erzählen lassen, weil im Buch steht ja nur die Hälfte. Man muss nachfragen, gab es einen Zugang von hinten? Wie war das? Wo hast du den troffen? Und so weiter. Und da hat sie alles möglich erzählt. Und immer wieder vom Kuckuckswalzer. Das war ihre erste Schallplatte, die sie erlebt hat. Und auch die Blaskapelle hat Kuckuckswalzer. Und ich kannte den auch schon bestens aus meiner Blasmusikjugend. In den 50er Jahren. Also mir war der voll im Ohr. Und dann habe ich da beim Kreuz Verlag, in Köln ist der verlegt, habe ich da angefragt und habe ihn dann so bearbeitet. Zum Teil auch meine Aufnahme auf alt getrimmt, sodass permanent, man weiß nie richtig. Der Klang ist auch super, schön passt, wunderbar zum Beutel. Und am Schluss ist es dann wieder modern gemischt oder so und mit großem Symphonieorchester und dann wieder nur Volksmusik. Gut, wo kommst du eigentlich genau her? Es klingt ein bisschen schwäbisch. Na, schwäbisch auf keinen Fall. Also Badenerisch, sagt man, oder? Badener und Schwaben, das ist wie Bayern und Franken, ja. Ach, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Bayern und Franken, wir vertragen uns super. Ja, ja. Ja, freilich. Die einen Knödel sind evangelisch, die anderen sind katholisch. Und am besten sind die Schweizer Franken. Nein, nein. Also Badener, die mögen angestammt keine Schwaben oder sowas. Nein, nein, ich komme aus Baden, aus dem Schwarzwald. Bin allerdings wirklich eine Promenade-Mischung. Wenn ich von Großeltern schaue, da ist die Schweiz dabei, ist der Schwarzwald dabei. Meine ganze Vatergeneration ist in München geboren. Und ein Viertel kommt auch noch aus Polen, also eine ganz gute Mischung. Also genetisch eine totale wilde Mischung. Ja. Und wo bist du aufgewachsen? Am Land oder in der Stadt? Wenn man Weil am Rhein Stadt nennen kann. Ach, in Weil am Rhein, ja. Ja, ja. Und ich lere auch auf dem Gymnasium, aber eigentlich Land. Also meine Großmutter kam von der Horniskrämte. Knapp vor der Schweiz. Ja, knapp vor der Schweiz. Also meine ganze Kultur ist Basel gewesen. Wir haben ja auch strenges Alemannisch gesprochen, also quasi Schweizerdeutsch. Das ist schon komisch. Ihr kehrt politisch zu Stuttgart als Landeshauptstadt. Ja. Aber Basel ist eigentlich die Stadt, wo ein Einfluss drauf hat auf die Gegend. Ja, Freiburg und Basel. Die Gegend ist einfach immer Freiburg und Basel gewesen. Ja, ja. Orientiert. Und eben Frankreich. Selbst aus. In 14 Jahren war ich schon den ganzen Monat in Paris im Schulaustausch. Also Französisch ist auch fast wie Muttersprache. Wie viele Geschwister hast du? Noch drei und ich bin der Älteste. Und habt ihr da daheim Hausmusik gemacht? Überhaupt nie. Nie? Weil ich bin der einzige weit und breit, der je Musik gemacht hat. Meine Eltern sind einfache Verhältnisse, Schlosser Hausfrau. Ach. Da war es nichts. Kein Onkel, keine Tante kann Noten lesen, kein Geschwister hat je Musik gemacht. Das ist meine eigene Welt. Ja, wir bist denn, wenn die Welt kommen dann. Irgendjemand muss dich doch reingeschubst haben. Ja, wenn ich so mal sagen darf, die Kindheit war nicht gerade lustig. Da gab es sehr viele Sachen, sowieso Nachkrieg 1950 und so weiter. Und auch familiär gab es da auch viele Stolpersteine da drin. Und dann kam ich, das ist ein Schlüsselerlebnis, Freischütz in Freiburg in der Ober. In Freiburg, der Freischütz. Da gab es ein Schlüsselerlebnis, da bin ich heim, ich will jetzt Musiker werden. Da war ich schon 14. Also zweimal sieben, ich denke immer in so ein Siebener-Zyklen. Und sofort habe ich mich angemeldet für Violine, für Klavier. Habe schon ein Jahr später Brahms-Ballade im Konzert gespielt. Also da ist plötzlich ein Damm gebrochen. Hast du die Instrumente schon spielen können? Nein. Nicht? Du hast einfach gesagt, du lernst jetzt Violin. Lediglich Trompete in der Blasmusik, das war der Ausgangspunkt. Trompeten? Ja, ja. Und dann hast du Musikstudieren angefangen? Ja, ja. Und die Sogwirkung von Musik war einfach meine eigene Welt. Da konnte mir keiner folgen. Kein Vater, keine Mutter, niemand redet die rein. Und im Freischütz, da habe ich einfach mir überlegt, das will ich auch so Mystik und Wald und Geheimnis und was ein Freischütz ausmacht. Ich will auch Geschichten erzählen mit Musik und deswegen ist auch die Filmmusik sehr nahegelegen. Ich habe schon vor der Filmmusik ja Opern geschrieben und also meine Musik erzählt eigentlich immer irgendwas. Also bloß Konstruktion 19 zu komponieren war nie mein Bier, sondern ich wollte immer eine Geschichte erzählen. Und das Allerschönste ist der Ennio Morricone, der berühmte italienische Filmkomponist. Morricone. Genau. Wo wir uns mal getroffen haben und ausgetauscht, der ist ja in Münzen an meinem Studiengang da Ehrensenator gewesen. Der hat erzählt, er war als Junger im Freischütz und da hat ihm das so gefallen mit den Jägern, wie die da geballert haben, dann wollte er Western schreiben. Du wirst lachen, der Freischütz war auch eine von meinen ersten Opern, wo ich war. Und ich habe mich damals bloß gefreut, weil das war ein Beleg dafür, dass die Klassik doch aus der Volksmusik kommt. Da ist ja der wunderbare Bauernwalzer drin. Und das ist vom Stirndl mit dem roten Mürer ist das der Zwischenwalzer. Weil man denkt, siehst du das, der Weber, da hat er bei der Volksmusik gut zugehört. Das ist ein unendliches Thema. Ich bin ja auch Musikhistoriker, aber mein Doktor in Musikwissenschaft kenne ich da bestens aus. Er ist Doktor, aber gar nicht blöd. Genau, das soll bei manchen Doktoren vorkommen. Du bist ja sogar Professor. Noch schlimmer. Da könnte ich ewig drüber reden. Alle Impulse sind immer aus der Volksmusik kommt. Das war schon im frühen Mittelalter. Da hat mir die hohe Geistlichkeit nur zugelassen. Quarte und Quinte, also die Zahlen 1, 2, 3 in der göttlichen Trinität. 3 zu 4 war noch die Quarte. Und die Terze ist ja 4 zu 5 auf so einem Instrument. Und die ist außerhalb der Trinität. Also ist sie vom Teufel. Und die Terze war am Anfang verboten. Und die kam aus der Volksmusik, vor allem aus der Englischen, aus dem Faux-Bourg-Den. Ist dann endlich mal durch die Volksmusik die Terze erlaubt worden. Ohne Terze kein Kuchstein. Die Leute haben sich einfach die Terze genommen. Und wenn du es hernimmst, der Lied wird wie Heidi, alles sind Herzen. Guck, guck. Und das geht die ganze Musikgeschichte durch. Auch der Wiener klassische Stil von Mozart. Das ist böhmische Volksmusik gewesen. Vorher war Barockmusik. Bach war ein Genius. Aber daneben waren sehr viele verzopfte Chablonier und Routinier. Das war nicht mehr auszuhalten. Carpentier. Tote Musik sozusagen. Und die Impulse kamen immer aus der Volksmusik. Oder dann später von der Randfolklore, von Sibelius, von Defaia, von Russland. Immer aus der Volksmusik. Wir sind eigentlich eine Organisation, wie die GEMA die Volksmusiker eher unterstützen. Das ist ja ein komisches Verhältnis, immer Volksmusik und GEMA. Ich glaube, der Grund ist deswegen, weil wenn man in der Wirtschaft anfängt zu Musik spielen, zum Beispiel, ein Volksmusik singt oder was, dann muss der Wirt GEMA zahlen. Also gerade Kuckuckswalze ist auch ein schönes Beispiel. Der Kuckuckswalze ist halt noch verlegt. Das heißt, der Komponist ist noch keine 70 Jahre tot, also fällt er in die Schutzfrist. Und das wissen wir bei vielen Volksmusiknummern. Weiß man nicht, selbst Happy Birthday ist ja ganz lang immer inkassiert worden, bis sich herausgestellt hat, dass es jetzt wieder frei ist. Und das ist leider mit den Schutzfristen so. Und deswegen, gerade in der Volksmusik, juckt es kein Menschen, ob jetzt X oder Y das komponiert hat. Und vor allem, das wird ja oft wie im Jazz, die Standards, da wird darüber improvisiert. Man nimmt einen Landler und es bleibt oft vom Original nicht mehr viel. Und der Eigenanteil von den Musikanten ist ein Problem, was kaum zu lösen war. Es wäre eigentlich generös, wenn die GEMA dann sagen würde, ja, wenn einfach so spontan in der Livemusik jemand der Gaudi halber Musik spielt, da drückt man einfach ein Auge zu, da gibt es von Haus aus kein GEMA. Das würde er nicht die Welt ausmachen. Nein, das macht es nicht aus. Vom Gold her. Nein, das ist ein richtiges Problem. Der Witz ist, GEMA freie Musik, das sind aber jetzt grässliche Themen. Du weißt, weil wenn die Leute nicht mehr, wenn man nicht mehr der Gaudi halber spontan irgendwas spielen kann, dann bremst man natürlich ganz viel Musikentwicklung aus. Weil es ist schon viel entstanden im Wirtshaus. Der Schubert gibt diverse Partituren, wo Rotweinflecken drauf sind. Der Max Reger hat seinen 100. Psalm nachweislich, das ist ein Riesenpsalm mit Doppelchor und großes Orchester, nachweislich im Wirtshaus geschrieben. Der hat oft unter Freunden komponiert. Dabei hat er so 20 Bratwürste und 5 Bier und 6 Limos gedruckt. Alles im Wirtshaus komponiert. Aber man muss auch sagen, Gott sei Dank gibt es die GEMA, weil jetzt zum Beispiel dieses Jahr, seit März bin ich nicht mehr aufgetreten, war die GEMA vom letzten Jahr jetzt heuer mein einziger Verdienst. Ja, ja. Gut, aber GEMA ist bei mir auch Tempi Passati, wie man so schön sagt. Das ist Vergangenheit, das ist die Organisation von der Außenwelt. Geld ist bei mir eine ganz ambivalente Sache. Es gibt ja von Hoffmannsthal, mein Lieblingsspruch, das Teufelsnetzwerk in der Welt hat nur den einen Namen, Geld. Geld. Oder Jesus hat ja auch die Geldleute aus dem Tempel geworfen. Das ist nicht mehr mein Thema. Die Händler. Und ich bin Gott froh, dass ich da jetzt auch aufhörte. Gut, dass du so viel hast, dass du keinen Kopf drüber machen musst. Ja, nein, nein. Du, Enjad, und speziell, wie wird man dann zum Komponisten? Hast du einen Klang dann im Ohrwaschel drin gehabt? Und hast du gedacht, das müssen mehrere hören? Oder das möchte ich jetzt einmal realisieren? Was in meinem Kopf an Klängen? Jeder Mensch muss sich ausdrücken, sonst wird er psychotisch. Das ist ganz allgemein so. Nicht teilen. Muss sein Innen nach außen bringen. Also Expression, Ausdruck, sein Innenleben. Was ja ganz wichtig ist, bringt man nach außen. Das gilt auch für eine Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft sich nicht ausdrücken kann, dann läuft es in die Irre. Und deswegen ist es ganz normal, als Musiker will man auch seine eigenen Vibrationen nach außen bringen. Und deswegen habe ich schon ziemlich früh, als 16-Jähriger hatte ich so ein Skizzenbuch. Oder wenn ich in Wien war, da habe ich in Kärntner, Straßen, Ländler. Das hat bei mir auch sehr volksmusikalisch angefangen und wurde dann immer kunstvoller. Und irgendwann kamen viele Studien. Ich habe Trompete studiert, Schulmusik, Hauptfam Musiktheorie und ganz viele Sachen. Irgendwann ist das Komponieren halt professionell geworden. Ich habe nicht das Selbstbewusstsein gehabt als junger Mensch, dass ich mir zutraut hätte, irgendwas zu komponieren, weil ja schon alles geschrieben war, auf meine Ohrwascheln weißt. Vielleicht war da in dem Punkt die Volksmusik eher ein Hemmnis, weil ich nur in bestimmte Kadenzen denkt habe. 1, 4, 5, 1 oder 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5. Ich habe mich nie so richtig drohtraut, weil ich mir überdenkt habe, Herrgott, das haben schon so wahnsinnig viele Leute saugut geschrieben. Das traue ich mir einfach nicht zu. Das mangelnde Selbstbewusstsein hast du nicht gehabt, oder? Doch, ich hatte dieselbe Sperre gehabt, vor allem auch von der Soziologie her. Ich war nicht im Milieu von neuer Musik oder so. Da habe ich mir gestanden, oh, da sind Leute, die schreiben was. Das kapiere ich gar nicht. Das muss ja toll sein. Und dann war mein Weg unter anderem auch Musik studieren. Ich habe wirklich schon mit 19 Jahren den ganzen Beethoven analysiert. Den ganzen Bach hat schon sehr früh, mit 23 Jahren, die ersten Lehraufträge, habe Seminare über Soldaten von Zimmermann, über die Oper, über... Also ich kannte die ganze Musikschicht, die wirklich rauf und runter. Und dann habe ich die Sicherheit gekriegt zu wissen, wie geht es weiter. Wenn du jetzt so ein Stück analysiert hast, hast du dann den Klang gehört, wenn du die Noten liest, oder hast du das mathematische Verhältnis dazu im Blick gehabt? Na, da hat man den ganzen Klang. Also was ja interessant ist für mich, ist ja immer auch die Emotion, die ein Musikstück ausdrückt. Ich nenne das immer musikalische Vokabel. Jeder Klang bedeutet irgendwas. Und das neapolitanische Sechsterkord, was die phrygische Sekunde ist unten, das ist immer traurig, weil es der Halbton abwärts ist und so und so. Oder eine Sechste aufwärts, bam, bam. Das ist immer positiv. Ich habe auch unglaublich viel über die Sachen schrieben und sowas. Und dann kam die Sicherheit, ich will das alles auch noch perfektionieren. Und mein Idol war ja unter anderem auch der Anton Bruckner. Der hat ja erst mit 40 Jahren angefangen zu komponieren und hat dann auch gesagt, wer einen hohen Turm bauen will, der muss ein breites Fundament legen. Genau das habe ich gemacht. Ich habe so viele Sachen, Musikwissenschaft, Schulmusik, Theorie, Orgel, Kirchenmusik. Ich hatte so ein breites Fundament. Und auf dem konnte ich dann plötzlich loslegen ohne Ende. Du hast ein Instrument dabei. Ja. Da könnte man doch jetzt loslegen. Ja. Was ist das für ein Teil? Hier ist eine Harfe, sehe ich, mit Saiten. Und ich habe auch Saiten, das nennt sich Monochord. Das ist ein Instrument, das wird in Pythagoras, also viele hundert Jahre vor Christus zugeschrieben. Da hat er seine Berechnung gemacht. Das ist immer dieselbe Saiten, in dem Fall ein G. Und wenn ich in die Mitte teile, 1 zu 2, gibt es die Oktave. Teile es in drei Teile, gibt es bekanntlich die Quinte. Also wenn du das sprühst und teilst es in der Mitte, dann bist du da. Ja, und wenn ich es drittele, also mit der Zahl 3, das ist die Zeugenzahl in der Mathematik, dann gibt es die Quinte, der erste neue Ton. Und das Monochord, das klingt sehr schön, das wird auch in Eso-Ecken. Da kann man so schön Hum, 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 Musik machen. Das machen wir jetzt auch. Ja, machen wir das. Machen wir es gleich auf G, dann müssen wir nicht lang rumstimmen. Ein Versuch über den Ursprung oder über den Anfang im G. Ursprung, also Alpha und Omega. Genau. Bis zum Schluss. Schauen wir mal. Oh, Mr. Anfang. Oh, Mr. Anfang. Der Ursprung, der Ursprung. Und was war jetzt das für ein Instrument, das du noch mit dem Bogen draufgestrichen hast? Das Metallene? Das war ein Waterphone. Ich habe zwar vorher Wasser eingefüllt, das hört es ja im Rundfunk weniger deutlich, weil man es nicht sehen kann. Das ist so ein Metallkessel mit Stäben an der Seite und da ist Wasser drin. Das heißt nicht deswegen ein Waterphone, weil der amerikanische Erbauer war ein Mr. Waters. Achso. Der hat gern mit dem Wasser gearbeitet. Und die Stäbe und wenn man die streicht, dann gibt es so wahlartige Gesänge und wenn man es dann noch so schaukelt, dann macht das Wasser, dann gibt es ja schöne Schwingungen. Die großen Waterphone sind viel schöner. Ich habe ein großes, das steht momentan in Sibirien, in Grasneuersk. Auch wieder ist gefreund. Ich bin nämlich in 2020, bin ich Composer in Residenz in Grasneuersk, wo ich schon ganz oft aufgenommen habe und wegen dem lieben Corona ist das alles ausgefallen. Und das gefriert jetzt in Sibirien. Sibirien ist schon lange mein Sehnsuchtsland, weil dort ist Anfang und Ursprung pur und in Sibirien, da habe ich schon geschwitzt ohne Ende. Weil Grasneuersk, zum Beispiel am Yenisei, das ist der fünftgrößte Fluss der Erde. Amazonas kennt man, Nil kennt man, den Ganges kennt man, den Yangtze Yenisei und der geht von den Tuva-Mongolen unten in der Steppe, wo es Kamele und Sand gibt, bis hoch in die Karasee bei minus 70 Grad, alles derselbe Fluss entlang vom 90. breiten Grad. Sibirien ist ja circa zehnmal so groß wie Europa. Also auf jeden Fall ist dort nicht immer noch so kalt und da begegnet man den Anfängen, dem Schamanismus ohne Ende und das ist meine Heimat geworden. Und wieso? Was hat ihn dir so danach gefragt? Ja, weil wenn ich... Bist du mit Musik ein nachdenklicher Mensch geworden? Ja, schon. Ja, schon, das ist nicht bei jedem. Also so nachdenklich bin ich jetzt nicht. Ja, nee, nee, wenn man... In allen Schöpfungsberichten am Anfang war der Klang, das ist einfach so, ja, so... Also das Wort. Nee, Ruach im Hebräisch heißt eigentlich Klang und nicht Wort, das ist vom... Ja, ja, eben diese Übersetzungsfehler. Eigentlich ist ein Wort der Klang. Ja, am Anfang war wirklich der Klang und es gibt ja in allen Religionen ist immer der Übergang ins Numinose, ins Transzendente, ist immer über Musik und zwar je länger der Ton, deswegen ist auch das Monochord so schön, desto mehr die Brücke in die immaterielle Welt. Zum Beispiel die Aborigines mit dem Didgeridoo. Tagelang oder die Ommönche, die schnorcheln da den ganzen Tag ihre tiefen Töne vor sich hin. Oder eine Musikkultur, die auch extrem gut ist, ist die armenische. Der Duduk kommt zum Beispiel aus Armenien und Duduk braucht immer zwei, einer hält Töne aus und einer spielt oben drüber. Und in der armenischen Musik ist Musik umso mehr Gottes oder spirituelle Musik, je länger der Ton. Es gibt einen Wahnsinnslieblingskomponisten, den Aved Tertarian aus Armenien. Seine Oper, das Beben, ist zweimal am Gärtnerplatz hier auch gemacht worden, wo die ersten 40 Minuten nur Amol war. Das Orchester hat einfach nur Amol mit paar Riesen. Wie im Rengold ES-Tour. Ja, der Wagner war ja Buddhist, also der hat auch dieselbe Philosophie. Und der Tertarian, das als Geheimtipp, der hat acht Symphonien geschrieben, die alle nur ein Ton sind. 40 Minuten lang spielt das Orchester, variiert ein Ton. Und das ist genau die Spiritualität und auch die Orgelmusik, die Organein im Mittelalter. Das waren immer lange Töne und lange Töne aushalten ist sozusagen die Brücke. Und selbst in der katholischen Kirche heute noch mit der Kommunion, die Wandlung ohne Musik, das geht nicht. Sondern man braucht immer irgendeinen Klang. Und in den meisten Kirchen hält es ja so lang nach. Ich habe mit der Trompeten schon in Kirchen gespielt, in Münster, in Ingolstadt. Da klingt es 13 Sekunden lang der Ton nach. Aber es ist interessant, dass die Gebrauchsmusik jetzt bei der Armenier, dass sie die mit anderen Themen auseinandersetzt, wie jetzt zum Beispiel Volksmusik oder Gebrauchsmusik bei uns. Da geht es in erster Linie darum, ums Tanzen, ums Lustigsein, ums Singen. Natürlich auch Beerdigungen, wo man Musik braucht für die unerklärlichen Sachen im Leben. Die kannst du nur mit Musik einigermaßen verständlich machen. Ja und nein. Denk mal ans Alphorn, was das für schöne Töne fabriziert. Das Alphorn und die Tridu ist gar nicht so weit auseinander. Nein, es ist überhaupt nicht weit auseinander. Aber ich meine, rein vom Klang her ist bei uns die Musik eher nach außen gewandt, habe ich das Gefühl. Und in den Kulturen ist das eigentlich eine Meditation mit sich selber. Man kommt auf sich selber zurück. Ja, Musik ist einfach der Weg in die andere Welt, in die Immaterielle. Und wir, das ist ein offenes Geheimnis, das ist auch der Grund, weshalb ich so gern zum Beispiel nach Asien oder auch gerade jetzt nach Sibirn gehe, die sind weit weg von unserem Materialismus. Bei uns ist Geld, Profit, das ist alles wichtig. Und dort zählen immaterielle Werte wie Freundschaft. Wenn man da zu jemandem geht und der macht einem Gefallen, die gehen den ganzen Tag mit einem mit und haben plötzlich Zeit. Da gibt es noch Werte, die sind bei uns längst ökonomisiert nach dem Motto, bringt man nichts, verdiene ich nichts, also ist es nichts wert. Und deswegen sind in Kulturen, wo innere Werte noch viel stabiler sind wie bei uns, da hat auch die Musik, glaube ich, ein bisschen andere Funktionen. Musik, und das ist eben jetzt keine Spinnerei, sondern das ist alles dokumentierbar quer durch die Musikschicht, durch alle Kulturen. Inzwischen eine sauber gestimmte Quinte ist die totale Perfektion. Und totale Perfektion ist wie eine Art Gebet. Wenn du eine Quinte stimmst und wirklich so einen Anspruch hast, die muss jetzt stimmen, jetzt rastet es ein. Das hört man ja ganz genau, wann eine Quinte sauber ist. Dann ist das eine göttliche Erscheinung, eine Erscheinung vom Vollkommenen. Und das ist dasselbe. Der goldene Schnitt. Das ist dasselbe wirklich wie ein Gebet. Und das bleibt in der Welt eigentlich. Ich bin schon lange aus der Kirche ausgetreten, also ich bin nicht der traditionelle... Und die hast du trotzdem noch gespielt in die katholischen Kirchen. Ich habe sogar die höchste Medaille für Kirchenmusik vor zwei Jahren gekriegt. Nee, weil mir ist es einfach viel zu eng. Ich sage immer, ein Baum ist weder katholisch noch evangelisch. Was soll ich mich da für eine Seite entscheiden? Ich entscheide mich für alle Religionen oder für einen direkten Weg ins Jenseits mit meinen Instrumenten. Es ist alles eine Schwingung, alles dreht sich. Es ist ja aber eine ganze Symphonie aus Frequenzen. Unsere Moleküle, was es gibt, alles in Rhythmen. Das heißt, das sind Schwingungen. Und unser Alltag ist eine Symphonie von Rhythmen. Leider ist das bei uns alles so rhythmisch gestört und dissonant, dass wir es leider gar nicht merken. Aber Tag und Nacht und wo man hinschaut, alles läuft schön in Rhythmen ab. Aber es muss halt immer einen gewissen Unterhaltungswert haben. Sonst kann man es sich nicht mitteilen. Sonst steigt der Zuhörer aus. Was oft ist das Problem bei der neuen Musik? Ich habe manchmal das Gefühl, der ist in einem Elfenbeinturm und produziert und produziert für sich selber dahin. Aber der Konsument oder der Zuhörer kommt nicht rein in den Turm. Weil man eine bestimmte Vorbildung braucht, dass man es versteht oder meint zum Braucher? Ist da die klassische Komposition irgendwie zu Abkommen geworden? Ne, der Weg ist einfach, dass es viel zu sehr in die Abstraktion, in die Kopfigkeit gegangen ist, an Komposition. Die sitzen heute am Notenpapier und rechnen und machen. Das heißt, die Musik ist mit dem Kopf, mit dem Verstand gemacht. Und was heißt zum Beispiel auswendig? Spielen auf Französisch? Parcours mit dem Herz. Oder Englisch? I'm playing by heart mit dem Herz. Und Blaise Pascal und viele Philosophen alle sagen, bis hin zur Exuberie, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und deswegen ist das Herz die stabilste Quelle von Musik. Und das ist genau das Problem der neuen Musik. Die ist viel zu sehr mit Verstand und mit Kopf gemacht. Und die wenigsten Komponisten spielen auch Instrumente. Und zwar spielen die alle nur kurze Töne. Also ich habe vorhin gesagt, lange Töne sind der Weg ins Jenseitige, ins Immaterielle, ins Numinose. Da kann man drauf reiten. Die Schamanen in Sibirien, die sagen zum Beispiel, die Trommel ist mein Pferd ins Jenseits. Die reiten auf der Trommel ins Jenseits. Und das braucht die kontinuierliche Schwingung. Und jetzt schauen wir mal in die Partitur von neuer Musik. Da gibt es nur 16, 32, 17 zu 19. Und besser kann man doch die Gottlosigkeit überhaupt. Ich meine das nicht religiös, sondern einfach die Menschen brauchen eine Emotion. Die brauchen den Weg in die andere Welt. Und besser kann man das überhaupt nicht ausdrücken. Du findest in keiner Partitur von neuer Musik lange Noten. Der Abo Pert war der Erste, der wieder angefangen hat, plötzlich lange Töne auszuhalten. Und deswegen hat er so einen Riesenerfolg. In der GEMA sehe ich auch so was, jeder verdient und weiß ich was. Und dann muss ich sagen, der Abo Pert ist der absolute Spitzenreiter der neuen Musik. Es gibt tausend Filme, tausend Kirchmusik. Weil er einfach viele Leute das auch hören. Er hat eine Sprache gefunden, die ein Großteil von der Bevölkerung versteht. Du, Enja, hast du ein Musikstück mitgebracht? Ja. Weil der Gast spielt immer ein Musikstück und jetzt, sonst quatscheln wir jetzt lange. Jetzt müssen wir mal wieder was dazwischen spielen, weißt du. Weil das ist erholsamer für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Dann ist es jetzt sehr erholsam, weil ja die Weihnachtszeit anfängt, habe ich die Tanne, den Baum, die Tanne. Ich habe alle Bäume schon vertont, das ganze keltische Baumhausgub. Ach, du hast eine Tanne vertont. Für Orchester, für Gitarren. Gerade eben habe ich im Januar noch aufgenommen, Baumwälden in Katowice mit der Philharmonie. Für Flöte und Streichorchester wieder ein paar Bäume, Kastanie, Eberesche und so. Und jetzt habe ich die Tanne dabei, weil ja Weihnachten ist und das ist nichts anderes wie auf zwei Quintpass-Gitarren gespielt. Das sind Gitarren, die klingen eine Quarte tiefer wie normale Gitarren und das schöne Duo Gruber und Maklar, die spielen das super fein. Das ist lustig. Der Hans Söldner, der besingt einen Marihuanabäum und du die Tanne. Na, viel Spaß, gell? Na, viel Spaß. Na, viel Spaß. So, da sind wir wieder. Der Enjot Schneider und ich. Und Enjot, jetzt kommen meine Fragen zur Volksmusik. Bist du bereit? Ja. Ich stelle die Frage, dann spiele ich ein paar Takte Musik und wenn dir was eingefallen ist, nachher gibst du mir ein Signal, dann höre ich auf. Enjot, erste Frage. Was ist für die Volksmusik? Volksmusik ist für mich die Musik der Welt, denn die Kunstmusik in Europa, das ist ein ganz kleines, schmales Ding und die Märchen der Welt rumkommen. Egal, ich bin am Amazonas gewesen, ich bin in China, das Wichtige ist die Volksmusik und ich habe sehr viel für Volksmusik Instrumente geschrieben, weil da bin ich dem Ursprung ganz nahe. Dann nächste Frage, wann oder wie hast du Volksmusik kennengelernt? Mein erstes Instrument war ja die Trompete und ich bin aus der Stadtmusik von Weil am Rhein reingewachsen und wenn man damals ein Instrument erlernt hat, da waren sozusagen Volksliederbücher von Entchen von Tarau bis zu, weiß ich was, das war das Non plus Ultra und das war sicher die erste Begegnung mit der Volksmusik. Ich habe vorhin noch unterschlagen, ich habe ganz früh mit sechs, sieben Jahren auch schon mal Akkordeon bis gespielt, weil in der ersten Klasse war ein Mädchen, was sich so hoch verehrt hat, die konnte Akkordeon spielen, dann wollte ich das auch. Das Testosterone hat die zum Musiker gemacht. Und Akkordeon ist ja auch sehr nah an der Volksmusik. Dritte Frage, was gefällt dir an der Volksmusik? Das Unerwartete, das Ungezügelte, das Nichtregulierte, das ist nämlich alles möglich. In unserer Volksmusik, in Bayern ist ja vieles reguliert von irgendwelchen Heimatpflegern. Wenn ich aber gerade in der Welt rum schaue, auf den ursprünglichen Instrumenten, da gibt es keine Regeln, jedes Instrument ist so ein wildes Ding. Ich weiß nicht genau, ob der Ton auch rauskommt, das ist wirklich wie auf einem wilden Pferd reiten ohne Sattel und das ist Volksmusik. Das Unberechenbare, das Überraschende. Nächste Frage, was gefällt dir nicht daran an der Volksmusik? Das ist ziemlich leicht zu beantworten. Unauthentische Volksmusik, nachgemachte Volksmusik, als Ob-Volksmusik, Volksmusik zum Geldverdienen, das ist alles. Also wo man hinschaut in der Welt, die authentische Volksmusik von Leuten ohne akademische Bildung, die ist Gold wert, die bewegt mich ganz tief. Aber wenn ich weiß, dann macht einer eine Rezeptur für, ja, wie verdiene ich Money mit Musik. Ein Computerprogramm, wir hauen ja am schnellsten irgendwelche Volksmusik raus. Und noch mit Klick womöglich. Ne, auf jeden Fall, jetzt fängt das schon mit Instrumenten an. Auf dem Klavier kann man keine Volksmusik machen, denn die Uhrform... Ha, das sagst du mal dem Gonzalez. Ja, das sag ich ja auch gerne, weil die Uhrform ist das Hackbrett und die Wirklichkeit... Aber ich hatte so, traditionalistisch war ich jetzt da nicht, weil man kann durchaus mit modernen Instrumente Volksmusik machen. Also die Einengung würde ich nicht zulassen. Ja, aber... Da muss ich widersprechen. Aber der Verdacht, dass es in die nachgemachte Richtung geht, die wird umso größer, je moderner die Instrumente sind. Also deswegen, ich schreibe zum Beispiel für Chinese Orchestra, für Hongkong Chinese, Shanghai Chinese, Taipei Chinese Orchestra. Da sind 70 chinesische, asiatische Musiker da. Alle nur auf Volksmusikinstrumente, die bei uns hier keiner kennt, ja. Zigarten von Lauten und das fasziniert mich, Instrumente, wie sie früher waren, ja, eben auch wie der Duduk oder sowas. Aber es ist praktisch der Missbrauch der Musik fürs Geschäftliche. Ja. Das ist, wenn Musik auf den Strich geschickt wird, praktisch. Die Kommerzialisierung von der Volksmusik, das ist eine Katastrophe. Ja, und es hängt ja auch von den Menschen ab, die dahinter sind, hinter der Harfe. Wenn da ein Businessman dahinter ist, ist es keine Volksmusik. Wenn da auch hinter einem ganz modernen Instrument, ich sag mal, ein einfacher Mensch, der sich jetzt gerade ausdrückt, aus dem Herz trägt ins Instrument, dann stimmt es. Ja, weil er drückt ja aus, was von ihm und nicht, dass er Geld verdienen will. Ja. Und mit der volkstümlichen Musik ist der einzige Ausdruck, Schäffel, Schäffel, Ruachl, Ruachl, Gier, Gier. Ja, ja. Nächste Frage. Hast du eine Lederhose? Ich habe keine Lederhose. Was? Ja, weil ich aus Baden komme und das wäre sehr unauthentisch, wenn ich in einer Lederhose. Ich habe aber meine ganze Jugend in einer Lederhose verbracht. Siehst du das? Der Campino auch von den Toten Hosen. Nein, bis zum 10. Lebensjahr war die Lederhose mein Ding, weil da konnte ich überall rum, aber das war keine bayerische. Lederhose ist immer alpenländisch. Das war die Lederhose meiner Kindheit und da hat es gepasst, aber heute wird es nicht mehr passen. Das passt es natürlich nicht mehr. Dann letzte Frage. Was magst du heute noch? Zweiter Advent, Sankt Nikolaus. Ja, mein Leben sieht leider so aus, dass ich immer was zu tun habe. Zum Beispiel mein Bücherstapel, der ist so riesig, den runterzulesen. Dann Leute treffen, da habe ich ja vier Enkel auch. Und jetzt gerade am Nikolaus, das steht wohl an heute Abend, dass wir da noch ganz massig... Kommt der Krampus auch mit? Zu den Enkeln? Nein, weniger. Der Krampus wird leicht zum Superspreader, da muss man echt aufpassen. Und vor allem, dann kann man denen sagen, Abstand kannst du da nicht mehr halten bei den Kindern. Gut, jetzt würde ich wieder ein bisschen Musik rein spielen und zwar hören wir jetzt Heiliger Nikolaus nochmal von Summa cum Gaudi. Also nicht Laude, sondern Gaudi. Also die haben eine Mords-Gaudi. Und danach, heute mein Bücherstapel, der schlafen, das spielt mein Bruder, der Michael, an der Drehleier mit seiner Tochter Maria. Die singt das Mal, da war es acht Jahre alt. Auch schon wieder eine Aufnahme, die 26, 27 Jahre alt ist. Gut, heute mein Bücherstapel, der schlafen. Das ist auch für die, die die Sendung um 10 Uhr nochmal anhören, dann ein schönes Gute Nachtlied. Das ist auch für die, die die Sendung um 10 Uhr nochmal anhören, dann ein schönes Gute Nachtlied. Das ist auch für die, die die Sendung um 10 Uhr nochmal anhören, dann ein schönes Gute Nachtlied. Das ist auch für die, die die Sendung um 10 Uhr nochmal anhören, dann ein schönes Gute Nachtlied. Das ist auch für die Sendung um 10 Uhr nochmal anhören, dann ein schönes Gute Nachtlied. Das ist auch für die Sendung um 10 Uhr nochmal anhören, dann ein schönes Gute Nachtlied. Ja, Enjot, Weihnachten startet Zeit. Weihnachten war schon immer meine Lieblingszeit, weil da kann man endlich in Ruhe arbeiten. Nimmst du die Ruhe auch? Die nehme ich mir auf jeden Fall. Das war ja in jedem Folge. Ich habe ja den Luxus sozusagen ein Familienhaus am Richtung Ebersberg und hier in München habe ich für mich ganz, ganz allein ein vierstöckiges Haus schallisoliert. Das ist my home, my castle und da pendle ich da ein bisschen hin und gehe in die Stille. Eigentlich ganz schön. Ich habe noch nie so einen Advent erlebt, weißt du, weil ich bin ja seit ich drei Jahre alt bin auf der Bühne. Im Advent haben wir eine Hochsaison gehabt. Also wir haben in den 24 Tagen oft 35 Mal gespielt als Kinder. Und ich kenne das gar nicht, dass ich da heuer, wir spielen einmal die Heilige Nacht, ich mit den Schwestern vom Ludwig Thoma, wir machen die Musik dazu mit der Monika Baumgartner. Ich glaube, 14. Dezember ist das in Haar im kleinen Theater. Die machen einen Stream. Aber immerhin rücken wir einmal praktisch zur Bethlehem Rallye aus, die heuer keine ist. Aber eigentlich freue ich mich schon ewig lang drauf, dass einmal im Advent Ruhe ist. Ja, Corona hat in der Hinsicht wahnsinns positive Vorteile. Die gute Luft da Richtung Ebersberg hat sonst immer Flugzeuge. Da freut man sich, wenn wieder mal eins kommt. Ansonsten Friede, Eierkuchen. Enjot, ich spiele ja in jeder Sendung immer einen Mozart. Warst du für die Volksgesundheit? Weil mir ja schon lange klar ist über die heilende Wirkung von Tönen, Klängen, Akkorden und Klangkonstellationen. Mozart ist mein lieber Gott der Musik. Was hast du für einen Bezug dazu? Es gibt ein paar Zenitpunkte am Himmel. Das eine ist Bach, Mozart, Beethoven. Das sind einfach für mich die Klassiker. Ich mag ja gar keine Noten verteilen. Weißt du, das ist der höchste, der beste und so weiter. Das ist ja ein Schmarrn. Nee, das ist was ganz anderes. Beethoven ist ein Konstrukteur. Auch jemand, der Inhalt macht. Also Beethoven will was. Der hat unglaublich was bewirkt. Er ist für Freiheit, für sowas. Der Mozart ist ein Kind. Das Schöne, das ist ein tanzendes Kind, der wirklich nicht von der Welt ist. Der hat seine Impulse so eindeutig aus dem Jenseits gekriegt. Das kann man gar nicht sich erdenken. Ich denke mir immer, der liebe Gott hat ihm persönlich die Noten diktiert. Ja, beim Beethoven riecht es nach Schweiß. Da weiß man, was er gedacht hat, was er gewollt hat. Aber der Mozart hat es einfach gekriegt. Und ich habe schon wirklich sehr viele Werke über Mozart. Er hat die Edge of Time zum Beispiel über sein Mozart-Requiem, über die letzten Takte vom Lacrimosa. Das ist ein Werk auf der ganzen Welt schon gespielt, wie Mozart gestorben ist. Oder jetzt gerade eben ist neu erschienen Mozart Ascending über sein Oboen-Konzert, was er geschrieben hat, als seine Mutter gestorben ist. In Paris hat er ein Oboen-Konzert geschrieben und das wieder weggeworfen. Und der Albrecht Mayer, der Berliner Star-Obo, ist da gesagt, das ist das Beste, was es gibt. Und ich habe da draußen eine 25-Minuten-Komposition gemacht für Oboen-Orchester. Und so wie der Mozart am Schluss in Himmel steigt mit seiner Oboen-Melodie. Also es gibt von der Lark Ascending, also die Lerche steigt in Himmel, gibt es ein berühmtes Musikstück. Und ich habe Mozart Ascending. Also Mozart-Thema ohne Ende. Diesmal kommt eine umstrittene Mozart-Komposition, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob die jetzt von Mozart war. Aber Enjad, schön, dass du da warst. Hat mich gefreut. Schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit und ein gutes, gesundes, neues Jahr, dass es wieder bergauf geht. Ja, Stoffel, die Ehre, die war wirklich ganz meinerseits. Du weißt ja, ich schätze deine Karriere und deine Musik, dein Wesen schon so lange. Und wunderbar, dass wir uns jetzt mal da ein bisschen unterhalten haben. Dass uns wir heute einmal getroffen haben. Genau. Ich habe ja schon zwei Stücke für dich komponiert, die du aufgeführt hast. Für Trompete und Orgel. Genau, wunderbare. Und euch, Leute, schöne Adventszeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und im Januar hören wir uns dann wieder. Fiat's euch. Fiat's euch. Fiat's euch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sie hören BR Heimat, typisch Bayern 15 Uhr die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Silke von Balkow Die Übersicht Staatsregierung kündigt deutlich schärfere Corona-Regeln an IW-Chef Hüther fordert härtere Gangart gegen Querdenker Deutsche Biathlon-Staffel der Männer holt beim Weltcup in Finnland Platz 3 Das Wetter meist bewölkt von den Alpen her Schnee oder Regen München In Bayern gilt voraussichtlich ab Mittwoch wegen der hohen Corona-Zahlen wieder eine allgemeine Ausgangsbeschränkung Das hat das Kabinett mit Ministerpräsident Süder bei einer Sondersitzung beschlossen Am Dienstag soll der Landtag noch darüber abstimmen Wie in Baden-Württemberg kann damit ab Mittwoch im Freistaat zudem eine nächtliche Ausgangssperre für alle Städte und Kreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200 greifen und zwar von 21 bis 5 Uhr Auch der Konsum von Alkohol unter freiem Himmel ist nicht mehr erlaubt Der Präsenzunterricht an Schulen wird deutlich eingeschränkt Ab Stufe 8 sollen die Klassen überall geteilt werden und in den Wechselunterricht, in Hotspots, komplett in den Distanzunterricht übergehen Der kleine Grenzverkehr wird ebenfalls ausgesetzt Ausgenommen sind Pendler und Familien, alle anderen brauchen einen negativen Test oder müssen in Quarantäne Die versprochenen Lockerungen soll es nur an Weihnachten, nicht aber an Silvester geben Söder bat um Verständnis für die strengen Maßnahmen, die vorerst bis 5. Januar gelten Wörtlich sagte er, Hoffnung ist gut, Handeln ist besser Berlin Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, fordert ein hartes Vorgehen gegen die sogenannte Querdenkenbewegung Dem Handelsblatt sagte er, gegen die verantwortungslosen Querdenker helfe kurzfristig nur Ordnungswidrigkeitenrecht Mittelfristig wäre bei medizinisch nicht indizierter Impfverweigerung, nach Hüthers Worten, der Ausschluss einer Covid-Erkrankung aus dem Versicherungsschutz zu erwägen In jüngster Zeit hatten viele Anhänger der Bewegung in verschiedenen Städten immer wieder ohne Maske, dicht an dicht gegen die Corona-Auflagen protestiert Frankfurt am Main Die Lufthansa baut wegen der Corona-Pandemie massiv Jobs ab Eine Unternehmenssprecherin bestätigte einen Bericht der Bild am Sonntag, wonach bis zum Jahresende 29.000 Stellen gestrichen werden Im Ausland sollen demnach über 20.000 Jobs wegfallen Im nächsten Jahr werden in Deutschland wohl weitere 10.000 Stellen abgebaut Gleichzeitig steigt bei der Lufthansa aktuell die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten und Silvester an Die Sprecherin bestätigte, dass sich Buchungen für die Kanareninseln Teneriffa und Fuerteventura verdreifacht haben Noch stärker sei die Nachfrage nach Flugtickets in Richtung Kapstadt in Südafrika und Cancun in Mexiko gestiegen Trotzdem stehen aktuell viele Flugzeuge der Airline am Boden Im Streit über die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer die Bundes-CDU zum Handeln aufgefordert Dreyer ist auch Vorsitzender der Rundfunkkommission der Länder Mit Blick auf das Zerwürfnis innerhalb der Kenia-Koalition in Sachsen-Anhalt sagte sie David am Sonntag Die Bundes-CDU könne das nicht einfach laufen lassen Es sei ein politischer Dammbruch, wenn in Sachsen-Anhalt die Landes-CDU gegen die eigene Koalition aus SPD und Grünen Stimme und gemeinsame Sache mit der AfD mache Die CDU im Magdeburger Landtag will die Erhöhung der Rundfunkgebühr um 86 Cent pro Monat ab kommendem Jahr nicht mittragen und setzt mit ihrer Blockadehaltung die Regierungskoalition aufs Spiel Der inzwischen entlassene Innenminister Stahlknecht hatte in der Diskussion eine Minderheitsregierung unter Tolerierung der AfD ins Spiel gebracht Kontiolachti Die deutsche Biathlon-Staffel der Männer hat beim Weltcup in Finnland für die nächste Podestplatzierung gesorgt Erik Lesser, Roman Rees, Arndt Peifer und Benedikt Doll belegten im ersten Saisonrennen über die 4x7,5 Kilometer hinter den überragenden Norwegern und den zweitplatzierten Schweden den dritten Rang Das Wetter in Bayern bewölkt oder trüb nur im äußersten Osten und Südosten Sonne Von den Alpen her Schnee und Regen, vor allem in Oberbayern, Schwaben und im westlichen Franken Dabei windig, die Höchstwerte 1 bis 5 Grad Im Osten 6 bis 13 Grad In der Nacht im Westen und Süden Niederschnark, die Tiefstwerte um 0 Grad Morgen und am Dienstag teils freundlich, teils trüb und weitgehend trocken Es ist 15.05 Uhr Die Verkehrsmeldungen Die A 952 Starnberg Richtung Dreieck Starnberg Am Dreieck Starnberg in der Überleitung zur A 95 Richtung Garmisch-Partenkirchen Ein Unfall Soweit die Verkehrsübersicht BR Heimat Kaffeehaus Kaffeehaus Am Neu Am Neu Am Neu Am Neu Sam Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 BR Heimat, Kaffeehaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dublin Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zum Sport, 2020 Untertitelung des ZDF, 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 2020 Die Bürger sollen ihre Wohnung dann nur noch aus triftigem Grund verlassen, etwa für den Weg zur Arbeit oder für Einkäufe. In Corona-Hotspots mit einem Inzidenzwert von über 200 soll zudem von 21 bis 5 Uhr früh eine generelle Ausgangssperre gelten. Mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen soll für Weihnachten an den schon beschlossenen Ausnahmen festgehalten werden. Für Silvester soll aber die Regelung gelten, maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder unter 14 Jahren nicht eingeschlossen. In Kitas und Schulen von Klasse 1 bis 7 soll alles so bleiben wie bislang. Ab der 8. Klasse findet künftig Wechselunterricht statt. In Hotspots sowie an Berufsschulen Distanzunterricht. Ausgenommen sind alle Abschlussklassen. Am Dienstag sollen die Maßnahmen vom Landtag beschlossen werden. Regen Wegen des deutschlandweit höchsten Inzidenzwerts verschärft der Landkreis Regen seine Corona-Maßnahmen. Landrätin Röhrl sagte bei einer Pressekonferenz, dass alle Schulen im Landkreis auf Distanzunterricht umstellen sollen. Behindertenwerkstätten werden geschlossen. Die Aberlandklinik in Zwiesel meldet sich wegen vieler Corona-Patienten vorübergehend von der Regelversorgung ab. Die Intensivbetten in den Häusern Zwiesel und Fichtach sind fast alle belegt. Die Landrätin sprach von einem außerordentlich diffusen Geschehen. Röhrl sagte, sie könne sich die Gründe für die starke Ausbreitung nicht erklären. Es sei aber zu vermuten, dass viele Infizierte nicht alle Kontaktpersonen angegeben hätten, damit diese nicht in Quarantäne müssten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden für den Landkreis Regen fast 600 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert. Frankfurt am Main Die Lufthansa baut wegen der Corona-Pandemie massiv Jobs ab. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte einem Bericht der BILD am Sonntag, wonach bis zum Jahresende 29.000 Stellen gestrichen werden. Im Ausland sollen demnach über 20.000 Jobs wegfallen. Im nächsten Jahr werden in Deutschland wohl weitere 10.000 Stellen abgebaut. Gleichzeitig steigt bei der Lufthansa aktuell die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten und Silvester an. Die Sprecherin bestätigte, dass sich Buchungen für die Kanareninseln Teneriffa und Fuerteventura verdreifacht haben. Noch stärker sei die Nachfrage nach Flugdeckits in Richtung Kapstadt in Südafrika und Cancun in Mexiko gestiegen. Bozen Große Neuschneemengen sorgen in Teilen der Alpen für erhebliche Verkehrsprobleme und erhöhte Lawinengefahr. Betroffen ist auch der Brennerpass zwischen Österreich und Italien, wo Bahnverbindungen unterbrochen und Straßen zeitweise gesperrt werden mussten. Außerdem fiel in weiten Teilen Südtirols der Strom aus. Österreich hat für Osttirol die höchste Lawinenwarnstufe ausgerufen. Auch hier waren tausende Haushalte ohne Strom. In der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart bei Werder Bremen 2 zu 1 gewonnen. Die Schwaben rücken damit in der Tabelle auf Rang 8 vor. In der zweiten Liga hat der 1. FC Nürnberg sein Auswärtsspiel in Paderborn mit 2 zu 0 gewonnen. Auch Regensburg war auswärts erfolgreich. Der Jahn gewann bei Erzgebirge Aue ebenfalls mit 2 zu 0. Die Würzburger Kickers verloren hingegen ihr Heimspiel gegen Sandhausen mit 2 zu 3. Das Wetter in Bayern. Am Abend und in der Nacht gebietsweise Regen, Schnee, Regen und Schnee. Im Osten weitgehend trocken. Tiefstwerte plus 2 bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten. Zunächst mal ist trocken und teils freundlich, teils bewölkt. Ab Mittwoch trüb mit Schnee, Schnee, Regen und Regen. Tiefstwerte bis minus 7 Grad. Am Tag maximal 5 Grad. Das war in den Nachrichten. Gleich 18.05 Uhr. Die Verkehrsmeldungen. A8 Stuttgart Richtung München. Zwischen Merklinge und Ulm West. 2 Kilometer Stau. Dort steht ein brennender Pkw. A9 München Richtung Nürnberg. Zwischen Echen und Kreuz Neufahren. Ein Unfall. Zwei Spuren sind blockiert. Und A9 Nürnberg Richtung Berlin. In der Ausfahrt Weidensees steht ein defektes Fahrzeug. Soweit die Verkehrsübersicht. BR Heimat. Fränkisch vor sieben. Musik 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 Nikolaus, du lieber, guter, komm zu mir, feinheit. Wink dein Zack mit dein ganz großen Blüten, was uns freit. Wir wollen auf das ganze Jahr, brauch die Mutter, es ist wahr. Brauchst dein Ruden nicht zu bringen, wir wollen auf das Glan. Wir tun Beten und nicht streuen, es sind am Ort daheim. Wir wollen auf das ganze Jahr, brauch die Mutter, es ist wahr. Musik Bring mein Schwester, lach, a Pippler, ach, ich will dich schön. Bring a Öpfel und viel Nüßlein, lass ganz leer ausgehen. Wir wollen auf das ganze Jahr, brauch die Mutter, es ist wahr. Musik 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 Wenn der Nikolaus kommt, wenn der Nikolaus kommt und stiefelt außen rum, dann kommt der Zuhang jeden raus und pumpert nur die Stumpf. Wenn der Nikolaus kommt, wenn der Nikolaus kommt und eher was Gutes dabei, für Leckung, Ness und Äpfelau und lauter Leckerei. Musik Musik Wenn der Nikolaus kommt, wenn der Nikolaus kommt, dann freit sich jedes Kind, wenn's in der Früh dann vor der Tür ein Nikolaus Stüffel findet. Musik Musik Wenn der Nikolaus kommt, wenn der Nikolaus kommt, hat er ein guten Ahr. Dann wollen die Magler und die Bumm gleich braucht er Kinder sah. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Als Maria übers Gebirge ging, die Baselisabeth sie empfiehlt. Was will Gott mir für Gnade gewähren, dass zu mir kommt die Mutter des Herrn? Und Maria, die Jungfrau also sagt, wohl bin ich des Herrn niedrig gemacht. Doch hat er mich vor allen erkommn, aus mir wird der Heiland gewohnn. Aus mir wird der Heiland gewohnn. Selig preist dich von nun an Himmel und Irrt, weil sein Erbarmen ewig wird. Die Niedrigen hebt er im Po, doch den Stolzen verschließt er sein Wort. Doch den Stolzen verschließt er sein Wort. Was dem Abraham seine Verheißung war, wird im Stalle zu Bethlehem, oh offenbar. Wenn die Zeit der Erwartung erfüllt, wird das Sehnen der Väter gestillt. Wird das Sehnen der Väter gestillt. Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 BR Heimat, Volksmusik aus Franken. Musik 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 Denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor. Musik Gott, der Vater, ließ sich rühren, dass er uns zu retten sah. Musik Und den Ratschluss auszuführen, trug der Sohn sich selber an. Musik Gottes Ende blug hernieder, brachte diese Antwort wieder. Sieh, ich bin des Herren Wort, mir geschickt, was Gott gesagt. Sieh, ich bin des Herren Wort, mir geschickt, was Gott gesagt. Musik Da die Botschaft angekommen, war Maria im Gebet. Da das Wort bleich angenommen, ging sie zu Elisabeth. Von dem Grusel ganz durch Drungen ist Johannes aufgesprungen. Musik Der von Gott, beheiligt war, mit din Mutter in Gebet. Der von Gott, beheiligt war, mit din Mutter in Gebet. Das dass Gott, beheiligt war, mit din Mutter in Gebet. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 EU und Großbritannien Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Geigenmusik Kiesenhofer mit dem Nikolaus Borischen, den haben wir das Wochenende schon ein paar Mal gehört, aber ich finde, es macht nichts. Da ist er nochmal. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Geigenmusik 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 Musik 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 Jetzt haben wir hintereinander gekehrt, das Scherz-Sitter-Trio-Kern-Kerabar, die Spielmusik Karl Edelmann und gerade nur die Kräuter-Klarinettenmusik. Der Feierabend auf BR Heimat um 8 Minuten vor halb 8 gleich an Nikolaus und um diesen berühmten Heiligen geht es natürlich auch in dieser Stunde. So bekannt der heilige Nikolaus heutzutage auch ist, gesicherte historische Fakten über sein Leben und Wirken gibt es, wie gesagt, kaum. Tatsächlich vermischen sich hier zwei historische Personen. Nikolaus ist vermutlich eine Verschmelzung zweier Lebensgeschichten. Die eine vom Bischof von Myra und dann auch vom gleichnamigen Abt Nikolaus vom Kloster Sion, gut 200 Jahre später. Aus diesen beiden historischen Personen entwickelt sich ab dem 6. Jahrhundert die Legende des wundertätigen Bischofs von Myra. Von Griechenland verbreitet sich die Verehrung zunächst über den osteuropäischen Raum aus. Im 8. Jahrhundert wird der Nikolaus-Kult vor allem in Russland stark. Der Heilige wird zum Landespatron. Ein bisschen langsamer fasst die Verehrung im Westen Fuß. Ab dem 10. Jahrhundert ist sie aber auch für Deutschland, Frankreich und England nachweisbar. Gleich mehr dazu. Unterricht der Kirchenland Musik 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 Der Feierabend auf Behrheimat um genau halb acht. Das war jetzt gerade die Familienmusik Althaus, zuvor die Barberhauser Stubemusik und die Laugensteiner Bläser. 6. Dezember Nikolaus. Die Verehrung des heiligen Nikolaus kommt also zunächst über Osteuropa bis nach Russland, wo Nikolaus im 8. Jahrhundert große Begeisterung entfacht und zum Patron des Landes wird. Weitaus langsamer breitet sich der Kult um ihn in Westeuropa aus, so ab dem 10. Jahrhundert in Deutschland, Frankreich und England. Nikolaus von Myra soll ursprünglich in der Kirche St. Nikolaus im heutigen Demre im Südwesten der Türkei bestattet worden sein. Noch heute ist dort der entsprechende Sarkophag zu sehen mit aufgebrochener Seitenplatte. Denn italienische Seefahrer haben der Überlieferung nach die Gebeine geraubt und im Jahr 1087 noch Bari in Apulien geschmuggelt. Dort werden die Reliquien bis zum heutigen Tag in der Krypta, der Basilika St. Nikola, von zahllosen Pilgern verehrt. Im Sommer 2017 sind übrigens die Reliquien aus Bari an Russland ausgeliehen worden und die sind dann da von mehr als zweieinhalb Millionen Menschen aufgesucht worden. Also die Verehrung ist dort ungebrochen. Und ein slawisches Sprichwort sagt, wenn Gott je sterben sollte, würden wir den heiligen Nikolaus zu Gott machen. Musik 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 Amen. 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 Die Raffelmusik Hittlinger Milz, zuvor die Staufner Jodler und das Tobi Reiser Quintett. Elf Minuten nach halb acht, der Hammer. Der Feierabend auf Bärheimat an Nikolaus. Dass der Nikolaus die Kinder besucht und sie beschenkt, kehrt zum Brauchtum heutzutage um den Heiligen Fester zu. Seinen Ursprung hat dieses Ritual im mittelalterlichen Bischofsspiel. An Kloster- und Stiftschulen wird da ein Schüler zum Bischof oder auch Abt ernannt. Und das Kind kleidet sich dann in die entsprechenden Gewänder und darf die anderen Schüler für ihr Betragen belohnen oder aber bestrafen. Ursprünglich hat das Bischofsspiel am 28. Dezember stattgefunden, dem Fest der unschuldigen Kinder. Als sich im Lauf des Mittelalters dann der Kult um den ja sozusagen universal heiligen Nikolaus in ganz Europa ausbreitet, wird er nicht nur zum Patron der Kinder, sondern auch zudem der Schüler. Und das Bischofsspiel wird auf den Vorabend des heiligen Nikolaustages verlegt und dauert dann teilweise auch sogar tageweise länger. Seit 1555 ist der Nikolaus als Gabenbringer für Kinder belegt. Nun, Nikolaus als Geschenkebringer geht vor allem auf eine der zahlreichen Legenden über den Heiligen zurück. Der Bischof kommt eines Nachts am Haus einer Familie vorbei, die derart mittellos ist, dass die drei Töchter ihr Geld als Prostituierte verdienen müssen. Damit die jungen Frauen dieses Tun beenden und heiraten können, wirft Nikolaus drei Goldklumpen durch das Fenster des Hauses. Und daher wird der Heilige in der Kunst oft mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln dargestellt. Untertitelung im Auftrag des Hauses 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 Plötzlich hat es unten im Hausgang geklirrt und wir haben gemeint, es ist der Nikolaus mit seinen Ketten. Es waren aber keine Nikolausketten, sondern die Porzellanfigur vom Hausgang. Und man hat auch noch gehört, wie jemand geflucht hat, sowas muss einem grad jetzt passieren. Der Vater und die Mutter haben sich angeschaut, aber sie haben nichts gesagt, sie haben bloß geschaut. Dann hat es stark gepoltert und geklirrt. Der Wart ist aufgesprungen und hat die Tür aufgerissen und hat gerufen, der Nikolaus kommt. Meine Schwester ist aufgestanden und der Dackel hat gebellt und dann ist der Nikolaus herein gekommen und hat gesagt, so, und dass er jetzt da ist. Und dabei hat er stark auf den Dackel geschaut. Ich hab gleich gewusst, dass es die Tante Clara ist, denn das hat man schon an den langen Fingernägeln gekannt und an dem Geruch. Und ich hab mir gedacht, das gibt eine Viecherei. Der Nikolaus hat gegrunzt und hat gesagt, seid ihr auch alle brav gewesen? Ich hab gerufen, jawohl, Herr Nikolaus. Da hat der Nikolaus gehustet und hat gesagt, das ist schön von euch, aber ich glaube es nicht. Darüber habe ich mich sehr geärgert und ich hab gerufen, Tante Clara, dir hängt der Unterrock vor. Da hat der heilige Nikolaus geschnappt und hat gefragt, wo? Alle haben hingeschaut und haben gesehen, dass der Nikolaus Seidenstrümpfe angehabt hat und noch dazu die Lila von der Tante Clara, die hinten blau gestopft waren. Und wie mir dann noch das Lachen ausgekommen ist, hat der Nikolaus gemerkt, dass ich ihn bloß getratzt habe und dass jetzt alle wissen, dass er die Tante Clara ist. Da hat er eine furchtbare Wut gekriegt und mit einer hohen Fistelstimme geschrien, dass ich der unverschämteste Rotzlöffel bin, den es gibt und er kommt mir schon. Ich bin ganz hinten gewesen auf der Bank und ich hab schon gewusst, warum. Die Nikolaustante hat furchtbar mit dem Stecken herumgefuchtelt und nach mir geschlagen. Sie hat mich aber nicht erwischt, weil ich ja ganz hinten gesessen bin. Dafür hat sie den Maßkrug von meinem Vater erwischt. Und das Bier ist über die Tischdecke gelaufen und meinem Vater auf die Hose. Und er ist aufgesprungen und hat den heiligen Nikolaus gefragt, ob er spinnt. Und die Mutter ist aufgesprungen und der Dackel hat gebellt und ist dem Nikolaus hinaufgesprungen und der Nikolaus ist gehupft und hat zu meinem Vater gesagt, Schorsch, bind den Köter an. Aber mein Vater ist schon bei der Tür draußen gewesen wegen der nassen Hose. Ja, dann war es eigentlich schon fast Schluss. Nur der Nikolaus hat noch was sagen wollen, aber es ist nicht gegangen, weil er die Oberlippe hinaufziehen hat müssen, sonst wäre ihm der Bart heruntergefallen. Er hat immer probiert, ob er noch pappt, aber der Leim war schon trocken. Darum hat der Nikolaus nichts mehr gesagt, nur geschnappt und die Augen gerollt und dann ist er zur Tür hinaus. Und gleich darauf hat es einen Heidenspektakel gegeben. Der Nikolaus hat geschrien, Schauf ich miserablichs! Und dann hat es gepoltert wie bei einem Gewitter. Ich bin gleich hinausgelaufen, damit mir nichts auskommt. Es ist mir auch nichts ausgekommen, denn ich habe gerade noch den heiligen Nikolaus gesehen, am Ende von der Treppe mit der Füße nach oben. Und diesmal hat der Unterrock wirklich vorgeschaut. Er war himmelblau. Ich habe furchtbar gelacht und geschrien, der Nikolaus ist geflogen. Aber da ist mein Vater trotz der nassen Hose gekommen und hat mir eine Ohrfeige gegeben. Er hat gesagt, ich weiß schon warum. Am nächsten Tag ist meine Tante Clara gekommen und hat sehr giftig geschaut, besonders auf mich. Und wie sie gegangen ist, habe ich noch gehört, wie sie zu meinem Vater gesagt hat, nächstes Jahr kannst du deinen Nikolaus selber machen. Sie hat auch nie mehr einen gemacht. Ich habe ihn mit der Karte. 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 Musik Der Feierabend auf BR Heimat an Nikolaus. Die Liste an Kirchen übrigens, die in Bayern nach dem heiligen Nikolaus geweiht sind, ist beeindruckend lang. Noch beeindruckender ist die Liste, wenn man sich anschaut, wie viele Nikolaus- oder Nikolaikirchen es in ganz Deutschland gibt. Vor allem auch in Küstenstädten, weil Nikolaus ja der Patron der Seefahrer ist. Im Lauf der Jahrhunderte freilich ist die geschichtliche Persönlichkeit zurückgetreten hinter einem Kranz von Legenden. Aber diese Legenden sind ebenso poetisch wie tiefsinnig. Sie spiegeln in markanten Szenen das Bild eines Menschen wieder, der in allen Nöten des Leibes und der Seele zur Hilfe eilt, wo immer man ihn braucht. Ein zeitloses Vorbild als Symbol der Nächstenliebe. Ja, jetzt kommt gleich das Bettupferl und nach den Nachrichten geht's weiter mit der Autobiografie der, ja sagen wir, Skandalbänkerin Adele Spitzeder. Gelesen von Konig Locker. Am Mikrofon verabschiedet sich der Johannes Hitzlberger. Ich sag, verkehrt's gut fürs Zulösen und wünsche noch einen schönen zweiten Adventorbert für Gott mit Dank. Das Bettupferl Die Werden ist draußen auf einer Eisplatten ausgeruscht und hat sich ein Knöchel gescheit verstaucht. Ihr Tochter, die Charlotte, ist ganz blass um die Nasen rum und auch der Papa ist durcheinander. Die Mama muss heute im Krankenhaus bleiben. Aber man kann doch das Gasthaus nicht einfach zusperren. Die Lotte fängt sie als erstes wieder. Geh, Papa, tu dich nicht an. Überlast es deiner flotten Lotte, sagt die Lotte. Sie hat einen Plan und hängt sie erst einmal ans Telefon. Am Nachmittag steht die Lotte in der Küche vom Gasthaus und tut dirigieren. Du schaust nach dem Fleisch, Papa. Der Opa riecht die Teller und das Besteck her, die Leonie und die Marie rollen die Glöß und ich mache einen Salat. Weil ihr Freundinnen so gern Glöß essen, haben sie der Lotte versprochen, dass sie heute einen ganzen Berg davor machen. Also, so richtig schön rund sind ihr Glöß zwar nicht grad, aber das passt schon, meint die Lotte. Hauptsache, es sind viel. Heut kriegt jeder Gast ein Gloss mehrer. Die Lotte richtet derweil die Salatdeller her. Drüber streut es ein wenig an Postelein, das alle ausschauen wie an Wiesen. Nachher holt es einen Baberdeckel und Buntstifte. Am Abend ist die Gaststufe voll. Die Lotte klettert auf den Stuhl. Bitte Ruhe! Liebe Gäste des blauen Storch. Also, es ist ja so. Meine Mama ist im Krankenhaus und konnte es deswegen nicht kochen. Aber fei keine Angst. Ihr werdet alle satt. Es gibt Schnitzel, Braten oder Schäuferler mit Glöß. Die haben die Marie und die Leonie gemacht. Es sind genug da. Heut kriegt jeder ein Extraglos. Die Leute klatschen und schreien. Tuner Kai, klasse! Doch die Lotte ist noch nicht fertig. Moment! Heut gibt's auch noch die Spezialität des Hauses. Von mir höchst persönlich. Blauer Storchsalat a la flotte Lotte. Und als Überraschung ein super Nachspeis. Der Baba, die Lotte und ihr Freundinnen verteilen Etzeler es essen. Auf jeden Plotz kommt ein blauer Storchsalat. Die Lotte hat lauter blauer Störch auf dem Baba-Deckel gemahlen. Ausgeschnitten und in jeden Salat so ein Storchensticker reingespießt. Während die Leute essen, spielt der Oberzwetschgabarm ein wenig. Keiner weiß mehr, warum der Lotte ihr Oberzwetschgabarm heißt. Nicht einmal er selber. Er heißt halt einfach schon immer so. Und Etzeler ist Zeit für die Nachspeis. Die Tür zur Küche geht auf. Und raus kommt der Lotte ihr Freund, der Batscherbaul. Der Baul lebt unten im Dorf und ist eigentlich ganz in Ordnung. Aber er hat halt ein wenig an Batscher. Oder hat man vielleicht nicht ein wenig an Batscher, wenn man die Steckerler vom Steckerlaseis sammelt. Der Baul stellt eine große Schüssel mit flüssiger Schokolade nah. Und daneben noch Bananenstückler und einen Haufen Eissteckerler. Schokolade für alle, schreit der Baul. Gleit und alle Gäste Bananenstückler auf die Steckerlase spießen und in die Schokolade rein dunken. Manchmal fällt ein Bananenstückler rein. Manchmal tropft die Schokolade ein wenig Arsch umeinander. Das gehört halt zu einer richtigen Schogonane-Schlacht. Und wie am Ende aller Gäste gegangen sind, gibt es ein Schogonane-Reste-Essen. Am Schluss hat der Baul die Schokolade überall im Gesicht verschmiert. Die Leonie, die Marie, die Lotte und ihr Papa ganz genauer so. Und sogar der Opa Zwetschger-Barm schaut aus wie ein lebendiger Schokokuss. Das war ein Betttupferl aus Oberfranken von Gudrun Schuri. Erzählt hat es David Sam. Und Etzerler schlaft gut und tramt was schönes. Gutes Nächtler. Gute Nacht. Oder gesund schlafen. Sie hören BR Heimat. Typisch Bayern. Musik 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 Musik